Ein Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu Assassin's Creed 3, meine Freunde. Weiter geht's! So, du bist das. Diese Gegend könnte mehr Männer wie dich gebrauchen. Mein Name ist Connor. Das ist ein schöner Name für ihn, Valisa. Wie ist dein echter Name? Radon Hagedon. Ein starker Name. Benutz ihn doch. Meiner ist Duncan. Ganz einfach. Wenn du genug Zeit hast, dann bitte ich dich damit weiterzumachen. Diese teuflische Gang muss gestoppt werden. Ja. Da haben wir gerade Dingens angenommen. Deine Arbeit trägt Früchte, mein Junge, und ich bin kurz davor rauszukriegen, wer dieses Orchester dirigiert. Irgendwas hat die Leute mehr verschreckt als der übliche Bandenwahnsinn. Komisch, aber du mach weiter so. Diese Befreiungs-Ne-Mission haben wir jetzt gerade angenommen. Jetzt bin ich gespannt, ob da jetzt weitere freigeschaltet wurden in Boston hier, oder? Nö, irgendwie nicht, ne? Da kamen keine neuen dazu. Das sind aber noch irgendwie die alten. Naja. Dann gehen wir jetzt so da hin, beziehungsweise reisen wir jetzt da hin. Oder sind sie einfach jetzt so eine Art Final... Keine Ahnung, ne, Mission. Wir haben ja einmal in Boston alle erledigt. Und, ja. Vielleicht gibt es jetzt nur noch so eine Art kleines Gespräch die ganze Zeit. Von wegen, ja, du hast alle befreit. Freu den Keks. Können wir jetzt eigentlich mit den Typen reden, oder ist er immer noch nicht da? Ach, da ist er jetzt endlich mal. Ne, das ist immer noch mit dem Spiel, ne? Ja. Der ist irgendwie total verbuggt. Irgendwie kommt ihm so vor. Oder der ist irgendwo anders. Und nicht hier in das Gebäude. Wegen der ist nicht unten. Und der ist auch nicht oben unterwegs. Also dieser Befreiungs-Mission-Typi. Bei dem wir das irgendwie annehmen können, oder was weiß ich. Und einen Kellereingang gibt es hier. Das hier, glaube ich, auch irgendwie nicht. Ach, kein Plan. Das ist alles richtig komisch, ey. Alles irgendwie, äh, kein Plan. Ich kapiere das irgendwie nicht so wirklich. Ich würde sagen, wir reisen da hin. Dann sind wir gleich in der Nähe von dieser nächsten Befreiungs-Mission. Und gucken wir uns das gleich mal an, was uns da jetzt erwartet. Ob wir da jetzt, äh, irgendwie weitere Befreiungs-Missionen jetzt freischalten, oder was? Was? Moment. Ich habe irgendwie das nicht markiert. So, jetzt. Und weiter geht's. Gleich mal da hin. Mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Was für eine Drehzunge, frisch aus dem Meer. Was für eine Drehzunge, frisch aus dem Meer. Watt, 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 alter. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ohne Scheiß, Leute. Ich bin echt am überlegen, ob ich diese Scheiße nicht, doch nicht mache. Also, ob ich nicht die ganzen Nebenmissionen abbreche. Also, von wegen, dass ich nicht diese Nebenmissionen mitnehme in mein Let's Play. Ich denke, ich will eigentlich lieber gerne die Zeit irgendwie in was anderes investieren, von wegen andere Let's Plays oder so. Ich weiß nicht. Ach, Mann, Alter. Keine Frage, es macht mir ja Spaß und so, aber die Zeit und so. Guck mal, da ist der Koch, glaube ich, oder? Kann das sein? Der Pfarr, wie ist dein Aeo? Ist Pisse, aber besser als nichts. Mein Vater wäre angeekelt, doch nach einem Arbeitstag mit dir muss ein Mann sich dringend entspannen. Mir wäre eine hübsche Flasche Wein ja lieber, aber den Kolonien fehlt es an Raffinesse. Dein Vater? Mein Vater, er war ein großer Mann. Ein Koch in der Armee während des siebenjährigen Krieges. Marschierte durch den ganzen weißen Norden und erkochte Montcalm und seine Offiziere. Zauberte Festmale aus Stöcken und Steinen. Als der Commander-in-Chief in Québec die offene Schlacht wählte, statt Mauern zu bemannen, rief man alle zu den Waffen. Auch mein Vater. Er starb auf dem Feld. Doch ich hörte, er habe tapfer gekämpft. Aber was soll's. Er ist tot. Er wäre sicher stolz. Das ist meine Hoffnung, dass er über meine Entscheidung froh ist. Connor, hast du Zeit? Habe ich. Gut. Ich wollte dich etwas fragen. Wie kamst du zu alledem? Ich habe es nicht gewollt. Ich glaube, es sollte einfach geschehen. Ich traf den alten Mann, als ich noch ein Junge war. Achilles machte mich zum Krieger. So einfach? Mir fehlt die Küche, ist das zu glauben. In dieser Welt hatte ich mehr Kontrolle, als ich in unserer je haben werde. Doch hierbei kommen mehr Menschen in den Genuss der Früchte meiner Arbeit. Und das erfreut mich. Wir können etwas ändern, wenn wir durchhalten. Wir Franzosen aus dem Norden werden nie müde. Frag unsere Frauen. Hahahaha. 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 Oh Mann. Äh, naja. So, dann wollen wir mal wieder raus. Und dann gleich mal auf die Karte gucken, ob sich da jetzt was verändert hat, von wegen neuer Befreiungsmissionen oder so. Oh, ja. Irgendwie sind da wieder ein paar dazu geklommen. Dazu geklommen, genau. Die sind dazu geklommen. Und ich frage mich nebenbei, warum ist die jetzt immer noch da? Hä? Willst du mich verarschen? Warum ist jetzt nochmal da eine Befreiungsmission? Und ich hab die doch. Oder ist der da oben irgendwo für die nächste Befreiungsmission? Nö. Ach, das ist alles recht komisch, ey. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber ich glaub, das ist irgendwie total buggy. Ich mein, mir wird da angezeigt, dass da irgendwie eine Befreiungsmission drin ist, aber irgendwie ist da nix. Beziehungsweise da war was und das wurde noch nicht geändert oder so. Kein Plan. Auf jeden Fall machen wir jetzt da eine Schnellreise hin und gucken wir uns das an. Ah, ich glaub, das war dieser Ort, wo da auch was angezeigt wurde, von wegen, ah, da ist eine Befreiung, Befreiung zu nehmen, ist schon ein sonstigen Kram, aber irgendwie ist da auch nix. Das soll doch niemals so sein, kannst du mir doch nicht erzählen, dass da das angezeigt wird, aber irgendwie, da können wir nicht annehmen, nee. Das ist wirklich dieser Ort, von wegen, da wird was angezeigt und das können wir irgendwie nicht annehmen. Ganz komisch, ey. Ich würd sagen, wir machen jetzt da hinten eine Schnellreise. Auf die ganzen oberen Befreiungsnehmissionen, sag ich mal, scheißen wir jetzt einfach, denn die können wir ja eh nicht annehmen. Die ganzen drei oder vier, die da oben sind, also werden wir nur noch zu der da hinrennen. Mal gucken, was uns da schön ist, aber erwartet. Mal gucken. Mann, das war aber ein Riesenpart, ole, ole, ey. Nur hin und her bis hin gelaufen und ein paar Gespräche gemacht und das war's eigentlich. Ich weiß nicht warum, aber das ist ganz schön komisch. Oder es liegt daran, vielleicht ist es so gemacht, dass man, wenn man so circa fünf oder vier Befreiungsmissionen erledigt, dass man dieses Gespräch dann gleich führen kann. Und dadurch, dass wir in einem Part alle Befreiungsnehmissionen erledigt haben, ohne Strich und Komma oder sonst was, ja, können wir jetzt halt diese kleinen, sag ich mal, Finals noch machen. Also von wegen, das ist halt so eine Art kleines Finale, von wegen so ein kleines Gespräch. Glaube ich jedenfalls, ich weiß es nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Befreiungsnehmission ist und da redet man nur und kriegt gar nichts von wegen anderer Nehmissionen oder so. Und ich frage mich überhaupt, ob das jetzt hier eigentlich annehmbar ist von wegen Befreiungsnehmissionen oder ist hier auch nix. Ah, ich glaube, mit denen kann man wirklich jetzt auch reden. Jawohl. Du trinkst nicht mit den anderen? Nein, Sir, ich muss nüchtern bleiben, falls ihr mein Gewehr braucht. Alkohol steigt bei mir schnell zu Kopf. Vor ein paar Jahren trank ich eine halbe Flasche Rum mit meinen Brüdern. Ich zog mich aus und glich nackt herum und als ich aufwachte, wälzte ich mich in Rehscheiße und spielte mich hundeelend. Muss ich nicht nochmal haben. Nein, vielen Dank. Ich denke, das ist eine kluge Entscheidung. Ich will so kämpfen können wie ihr. Du hast das Zeug zu einem großartigen Assassinen. Aus eurem Mund bedeutet das eine Menge. Ja. Bitte, bitte, Kollege, können wir nochmal mit dem Gespräch führen? Oh ja. Wo hast du gelernt, so zu schießen? Auf der Jagd mit meinem Vater und den Brüdern in Virginia. Meine Familie waren Landvermesser und Prospektoren. Schon seit meinem Großvater. Wie bist du hier gelandet? Ich bin der Jüngste von vier Brüdern. Ich hätte immer nur in ihrem Schatten gestanden und so zog ich allein los. Machte mein eigenes Ding. Westlich des Ohio-Territoriums, wo kein Mann der Kolonien vor mir war. Dachte, ich käme auch außerhalb New Yorks. Klar, dann fing der Krieg an. Und du bist zu den Patrioten? Nicht wirklich. Meine Familie ist königstreu. Ich mag es nur nicht, wenn Jungs gegen ihren Willen kämpfen sollen. Und ich weiß, dass ich frei sein möchte. Alle sollen frei sein. Wenn mich das zu einem Patrioten macht, dann bin ich ein... Du bist ein Assassine. Nichts anderes. Das bin ich. Und stolz drauf. Auftragdingens. Bloß... Ja, bringt nichts. Da wäre diese Kurier-Mission wieder... Oh nein. Lass mal stecken. Ich würde sagen... Fort Templar. Äh... Haben wir noch Zeit? Haben wir noch Zeit? Oh ja, komm. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Komm, das machen wir noch. Das machen wir noch in dem Part. Dann ein bisschen noch ein bisschen hier Action reinbringen in den Part, ne? Und dann werde ich auch danach den Part beenden. Ich hoffe mal, dass es diese einzige Fort Templar-Dingenskirchen ist. Nicht, dass da jetzt dadurch irgendwie fünf, zehn weitere oder so aufgedeckt werden. Denn ich will halt... Kein Plan. Oh Mann, Alter. Kleines Bad zwischendurch muss auch mal wieder sein, lieber Keuler, ne? Schöne Ding. Bin ich ja mal gespannt, was wir da jetzt machen sollen bei diesem Fort Templar-Dingenskirchen. Und wie lange das überhaupt dauert. Ich hoffe mal nicht so lange, denn wir sind schon bei zehn Minuten angelangt. Und am liebsten würde ich da mal so die Part ab 14 Minuten oder 15 Minuten beenden. Da ist nebenbei überall Sperrgebiet. Wodurch wir mal ein bisschen aufpassen. Sollten auf die ganzen Wachen und so. Aber hier ist, glaube ich, gar kein guter Weg. Denn hier können wir überhaupt nicht hochklettern, oder? Ei, ei, ei. Ne, hier kann man nirgendwo hochklettern. Ist alles total für den Arsch. Ach, schade. Wahrscheinlich müssen wir wieder einfach mal den normalen Eingang benutzen. Ole, ole, ey. Oh, da sind Wachen. Ach, ist das n' Kack. Hä, wie soll man denn da hinkommen? Ach, da ist der Eingang. Nebenbei gesagt. Ach, da. Alter. Lass mich in Ruhe. Versteck dich hier. Danke. Oh, guck mal, der macht hier... Der klettert dann auch da drauf. Frag mich, wie man denn da hinkommen soll. Den Kommandeur des Forts finden und eliminieren. Ach so. Das muss man mal machen. Aber wie soll man denn da unentdeckt rein? Oder muss man einfach massakermäßig reinstürzen? Ich hab kein Plan, ey. Gegen an den beiden. Ich hab auch kein Plan, ey. Komm, hier einfach. Kein Plan, wie ich das grad geschafft habe. Aber irgendwie hab ich den total angrempelt. Und er ist gestorben. Oder sein Kollege hat ihn beschossen. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Einfach mal Rambo-mäßig hier durchgehen. Aber ich mach's jetzt einfach. Ist ja auch nett. So, mein lieber Freund. Schönes Ding. Ja, ich glaub, ich kann mal einfach Rambo-mäßig vorgehen. Ist ja auch nett. Das nebenbei unser Ziel. Ach, sei ruhig. Geh mir nicht auf die Eier. Und kämpf, Kollege. Alter, der hat mir auch wieder drauf, ey. So, Kollege. Entwaffnet haben wir dich. Schöne Ding. Ach, mein lieber nicht auf die Eier. Alter, der hat mir auch wieder so viel drauf, oder? Kann das? Nee, doch nicht. Schöne Ding, schöne Ding, schöne Ding. Okay, ich kapiere. Jawohl. Hi. Na? Doch, ich bin hier. Hi. Alter. Schön. Komm. Und den auch noch mal. Ach, Mann, Alter. Jawohl. So muss das doch sein. Nein, was muss man mal jetzt da noch machen? Jetzt die Flagge irgendwie hissen, oder was? Oder die runterhauen. Dann wollen wir mal. Ich frage mich gerade nebenbei, ob das Fort irgendwie auch angegriffen wieder werden kann. Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Jetzt vertreiben wir auch noch hier schön die Rohdrücke. Hammergeil. Das wird doch bestimmt noch irgendwie angegriffen. Von wegen, komm jetzt da hin, verteidige, oder du hast deinen Fort verloren. Gehen planen. Gehen planen. So, das hätten wir auf jeden Fall geschafft. Sind ja jetzt eigentlich noch mehr Forts. Nee, ne? Hier sind keine weiteren Furze. Furze, ole ole. Nee, sind keine weiteren. Ich würde sagen, ab hier werde ich das mal in diesem Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed 3 wieder. Tschakalaka, Motherfucker. Bye.